Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur Mathematik, heute mit Ringen. Ringe sind für manche so ein bisschen Gruppen mit zwei Verknüpfungen, aber das stimmt nicht so ganz. Es ist eine erste Herangehensweise, aber ich will mit euch heute hier so einen kleinen Vergleich machen. Und ja, Ringe sind auch so ein bisschen was, was wir aus der linearen Algebra so ein kleines bisschen vorziehen, okay? Wir werden jetzt dann wahrscheinlich uns bald auf Analysis ein bisschen stürzen und dann mit den Ringen und den Homomorphismen und den ganzen Gruppensachen und den Körpern und so weiter später weitermachen, wenn wir uns mit Gruppen von Matrizen etc. auseinandersetzen. Davor müssen wir aber natürlich klären, was ist eigentlich überhaupt ein Ring? Und ja, wir starten erstmal mit den vier Must-Have-Eigenschaften von einem Ring und einer freiwilligen Eigenschaft von einem Ring. Genau. Und ja, die habe ich, wie kreativ, wie eh und je, habe ich sie R1 bis R4 und dann noch R' genannt. Zunächst einmal ist aber wichtig hier, in unserer Definition von dem Ring, wir haben nicht nur R, also die Menge R mit den Zahlen drin und ein Plus, wie wir das bei der Gruppe hatten, sondern wir haben zwei Verknüpfungen. Einmal hier ein Plus und einmal ein Mal. Und ihr merkt jetzt schon, in welche Richtung das hier geht. Ihr merkt schon, dass das jetzt nicht mehr so abstrakt ist wie eine Gruppe. Eine Gruppe ist weniger genau und viel allgemeiner gehalten. Ringe sind schon, das gibt es nicht so häufig, also Ringe sind schon eher was Besonderes. Okay, also zunächst einmal die erste Eigenschaft ist wichtig und zwar R mit der Verknüpfung Plus ist eine abelsche Gruppe. Eine abelsche Gruppe, ihr erinnert euch, heißt, es ist eine Gruppe, die gleichzeitig auch kommutativ ist. Das heißt, R, also R1 plus R2 ist R2 plus R1. Man kann die einfach umdrehen. Das ist kommutativ. Und das muss gelten für R und Plus. Für R und Mal muss das nicht gelten. R und Mal muss keine abelsche Gruppe sein. Und keine Gruppe überhaupt. Das ist nur für R und Plus definiert. Denn R und Mal verhält sich ein kleines bisschen anders. Wir haben nämlich, ich mache gleich nachher noch den Vergleich mit euch. Also, R2, die zweite wichtige Eigenschaft ist die Assoziativität der Multiplikation. Für die Addition haben wir ja hier schon eine Assoziativität. Das muss ja gelten, weil wir schon einfach eine Gruppe haben. Die Multiplikation hingegen muss auch assoziativ sein. Das heißt, A mal B mal C, mit den Klammern hier rum, ist dasselbe wie A mal Klammer auf B mal C. Für alle ABC übrigens Element R. Das muss gelten und das ist eigentlich auch eine Eigenschaft, die wir bei einer Gruppe hätten. Das weitere, was gelten muss, ist R3. Wir brauchen ein neutrales Element bezüglich der Multiplikation. Bezüglich der Addition brauchen wir so oder so ein neutrales Element. Das haben wir ja hier oben schon mit in der Definition von der abelschen Gruppe drin. Das heißt, wir brauchen auch eins von der Multiplikation. Und passenderweise nennen wir das sogar das Einser-Element und bezeichnen es mit Eins. Also, wir sind jetzt schon sehr, sehr nah an den normalen Zahlen dran. Okay, das heißt, wir definieren gerade hier einfach nur so, dass wir mit den Zahlen überhaupt rechnen können, so wie wir es immer tun. Und ja, das halt formell. Also, weil wir es halt mit mal nicht hinkriegen. R und mal ist halt leider keine richtig schöne Gruppe. In vielen Fällen, wo wir eigentlich auch mit Ringen rechnen wollen und die Eigenschaften von Ringen haben wollen, ist halt R und mal einfach keine Gruppe. Und deswegen muss man hier ein bisschen tricksen. Deswegen nehmen wir aber hier trotzdem diese Eigenschaften mit, die wir alle kriegen können. Zum Beispiel eben, dass wir das Einser-Element haben bezüglich der Multiplikation und das Nuller-Element quasi bezüglich der Plus-Verknüpfung. Plus-Verknüpfung. Genau. So, und dann kommt noch eine Sache hinzu, die wir so noch nicht kennen aus den Gruppen. Nämlich für beide Operationen oder für beide Verknüpfungen plus und mal jetzt hier etwas, das sie eben miteinander kombiniert. Und zwar das sogenannte Distributivgesetz, das vielleicht dem einen oder anderen noch was sagen könnte. Das Distributivgesetz besagt, wenn wir drei Zahlen haben, die dürfen komplett beliebig sein aus R, also aus unserer Menge R, ja, nicht den reellen Zahlen. Ist doof gewählt hier, macht man aber trotzdem so. Es ist nicht die reellen Zahlen, es sind nicht die reellen Zahlen, sondern einfach die Menge R, die eben hier für meinen Ring steht, auf dem ich das Ganze machen darf. So, mein Distributivgesetz besagt, wenn ich a plus b, und das in Klammern, mal c habe, dann ist das, als hätte ich a mal c plus b mal c. Das kennt ihr aus Schule wahrscheinlich und ist tatsächlich Teil von der Ring-Definition, ja. Das gehört zum Ring dazu und wenn das nicht gilt, dann arbeitet ihr nicht auf einem Ring. Ja, und die andere Seite muss auch noch gelten, wenn wir a mal Klammer auf b plus c haben, dann ist das dasselbe wie a mal b plus a mal c. Und das gilt natürlich Punkt vor Strich, das heißt a mal c ist stärker als hier dieses plus, also von c plus b. Das heißt, wir rechnen zuerst a mal c, dann b mal c und dann addieren wir die beiden zusammen, ja. Und genau, das ist jetzt im Endeffekt meine Definition von einem Ring. Das ist jetzt ein allgemeiner Ring und der hat fast alles, was eine Doppelgruppe hätte. Aber eine Sache kann optional dazukommen und dann nennen wir diesen Ring kommutativ, beziehungsweise wieder mal abelsch. Und das ist im Endeffekt auch, wenn hier die Mal-Operation kommutativ, beziehungsweise abelsch ist, weil plus ist ja so oder so schon abelsch, ja. Das heißt, kommutativ und abelsch ist wirklich ein Synonym, das ist beides genau dasselbe. Ihr, ähm, klingt vielleicht nur ein bisschen abgehobener, wenn ihr abelsch sagt und vielleicht macht es deswegen wieder, I don't know. Ähm, anyways, a mal b muss b mal a sein und zwar für alle a, b in eurer Menge r. Dann habt ihr einen kommutativen, beziehungsweise abelschen Ring. Weil, wie gesagt, hier oben plus ist eh schon abelsch. So, und jetzt habe ich mal was für euch mitgebracht. Ja, das sind wahnsinnig viele Regeln, wahnsinnig viele Gesetze. Im Endeffekt braucht ihr euch eigentlich nichts merken, außer den Gruppengesetzen und vielleicht noch den Distributivgesetz. Denn, oh, das war so nicht geplant, ähm, denn eigentlich, wenn wir uns das mal genau angucken, ist hier, ähm, das, was wir bei einer Gruppendefinition haben, das auf der linken Seite hier, quasi dasselbe wie das, was wir bei der Ringdefinition haben, ja. Wenn wir beim Ring mal genau gucken, die erste Sache, die wir haben wollen, ist R und plus, also R mit der ersten Verknüpfung, bildet uns eine abelsche Gruppe. Cool. Das ist im Endeffekt G1, G2, G3 und G'', das wir hier unten hatten für eben diese, ähm, Kommutativität oder abelsche Eigenschaft bezüglich plus. Das heißt, wir können sie tauschen, wie wir wollen. Okay. Das heißt, das hier ist im Endeffekt R und plus ist eine Gruppe. Mit Kommutativität. Und das Zweite ist, R und mal ist fast eine Gruppe, aber wir kriegen es halt nicht ganz hin und wollen aber trotzdem damit arbeiten. Deswegen, naja, sind wir ein bisschen tricky, ja. Assoziativität bezüglich der Multiplikation, ja, das ist genau diese Eigenschaft hier, nur für eben R und mal. Das ist genau die Eigenschaft, die wir hier fordern für die Gruppe, die erste Eigenschaft. R2 ist quasi G1 für die Gruppe R und mal. Das Zweite ist das neutrale Element bezüglich der Multiplikation. Hier heißt es 1, hier drüben heißt es E, ja. Das ist genau dasselbe. G2 entspricht R3 für R und mal. Das ist genau dasselbe und damit kann man auch wunderbar arbeiten. Und hier drüben sagen wir, okay, das inverse Element, das hätten wir ganz gerne auch noch und das ist der einzige Punkt, den wir hier nicht fordern, sonst wäre nämlich R und mal auch noch eine Gruppe. Aber R und mal, wir wollen nicht, dass das eine Gruppe ist, weil sonst kriegen wir Schwierigkeiten. Warum kriegen wir Schwierigkeiten? Nehmen wir doch mal die reellen Zahlen, also tatsächlich die echten reellen Zahlen. Nicht R für den Ring, sondern die echten reellen Zahlen. Warum ist R und mal, warum ist das keine Gruppe? Einmal ganz kurz nachdenken bitte. Was ist mein inverses Element? Das ist ja das Einzige, was wir hier nicht fordern, damit das Ding ein Ring ist, ja. Sonst könnten wir auch einfach schreiben R1, R plus ist eine albische Gruppe, R2, R mal ist eine Gruppe. So, das könnten wir auch schreiben, aber dann bräuchten wir ein inverses Element für alles und das wollen wir nicht. Denn, was ist mein inverses Element zu Null? Wir wollen zum neutralen Element bezüglich der Multiplikation. Das heißt, wir wollen auf 1, ja. Und dazu müssten wir 0 durch sich selbst teilen. So machen wir es zumindest bei den anderen, ja. Wir sagen hier, ey, damit wir zu 1 kommen, wenn wir von 2 auf 1 kommen wollen, dann brauchen wir halt hier 1,5. Ja, das sagen wir 1,5 mal 2, das wäre dann 1. Das wäre mein inverses Element zu 2, also 1,5. In meinen reellen Zahlen oder in auch Q, ja. Das würde auch gehen. Das Problem ist, wir brauchen das für jedes Element, auch für die dumme Null. Und die dumme Null macht uns hier einen kompletten Strich durch die Rechnung. Weil ein inverses, multiplikativ inverses Element zur Null existiert einfach nicht, weil wir nicht durch Null teilen dürfen. Und deswegen ist R und Mal einfach keine Gruppe. Es geht nicht. Ich kann hier keine Gruppe draus machen, weil Null durch Null würde vielleicht 1 ergeben, aber zerstört das ganze Universum. Darf man nicht mal schreiben, das darf man nicht mal denken wahrscheinlich. So, und deswegen fordern wir das hier drüben einfach nicht. Ja, deswegen fordern wir hier G3, also diese Eigenschaft hier ist die, die hier nicht drin ist. Die ist die einzige, die fehlt. Und dann kommt halt noch das Distributivgesetz dazu, das uns das ganze Rechnen nochmal ein kleines bisschen leichter macht. Das ist der einzige Unterschied, warum ein Ring nicht eine Doppelgruppe ist aus R und Plus und R und Mal. Ja, der einzige Grund im Endeffekt. Aber wir sind schon sehr, sehr nah an einfach unseren Rechenregeln, so wie wir sie aus der Schule gewohnt sind. Ja, Distributivgesetz, Assoziativitätsgesetz, Kommutativgesetz und so weiter und so fort. Das kommt schon dem Ganzen sehr, sehr nah und ist im Endeffekt, ja, auch stark daher empfunden. Wir wollten halt einfach was haben, auf dem wir schon die ganze Zeit gerechnet haben, nur eben formell überhaupt mal uns überlegt, was das eigentlich ist. Und für die Zukunft, wir behalten das einfach mal im Hinterkopf, wir arbeiten im Endeffekt auf diesem Ring häufig. Auf diesem Ring der reellen Zahlen mit eben Plus und Mal. Und Division und Minus sind halt einfach die inversen Elemente. und naja, R und Mal können wir halt leider nicht festlegen. Genau. Und ja, das so als Gesamtkontext. Nächstes Mal schauen wir uns nochmal den Körper an und dann haben wir alles, was wir brauchen, um endlich mit Analysis weiterzumachen und da mal ein bisschen reinzuschnuppern, was da alles so geht. Cool. 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 Vielen Dank.